Ich lerne Deutsch. Nummer 13105 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich muss mich beeilen. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich muss mich beeilen. Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Lisa und ich sind frühmorgens zusammen am Strand. Wir verstehen uns gut. Lisa und ich sind frühmorgens zusammen am Strand. Wir verstehen uns gut. Für unser Picknick am Strand ist alles vorbereitet. Für unser Picknick am Strand ist alles vorbereitet. Erzähl mir mehr von dir. Ich höre dir gerne zu. Es wird nie langweilig. Erzähl mir mehr von dir. Ich höre dir gerne zu. Es wird nie langweilig. Erzähl mir mehr von dir. Ich höre dir gerne zu. Es wird nie langweilig. Was gefällt dir an deinen Haaren nicht? Bei mir bist du richtig, wenn du dein Aussehen verbessern möchtest. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich höre dir gerne zu. Erzähl mir mehr von dir. Ja sowas, wir sehen uns das. Vielen Dank.